Ja, und wir kommen zu einem Prozess, zu einem Fall, der Deutschland schockiert hat. Er wollte seine Ex nicht nur umbringen, er wollte sie öffentlich demütigen, seine Macht demonstrieren. Zweimal rannte der Deutsch-Türke Noretin B. ein Messer in den Leib seiner Ex-Frau. Er wollte sie nicht nur töten, er schlug auch noch mit einer Axt auf ihren Schädel ein. Und dann band er die offenbar leblose Frau an sein Auto und schlief sie durch die Stadt. Heute, vom Landgericht Hannover, wurde er verurteilt zu 14 Jahren Haft wegen versuchten Mordes. Damit entsprach das Gericht der Forderung der Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Haft gefordert. Sprechen wir darüber mit dem Verteidiger, mit Matthias Waldraff. Herr Waldraff, ja, ihr Mandant hat 14 Jahre bekommen. Dabei war doch klar, dass er diese Frau umbringen wollte. Sie war ja schon tot, musste im Krankenhaus wiederbelebt werden. Er hatte schon zweimal angekündigt, sie zu töten. Warum jetzt dieses Urteil? Ja, der Angeklagte hat diese grauenvolle Tat gestanden, in aller Brutalität und Offenheit. Er hat heute vor der Urteilsverkündung nach Verhandlungen, die wir mit den Anwälten des Opfers führten, sein gesamtes Vermögen der Frau übertragen. Das war letztlich der Grund, weshalb das Gericht gesagt hat, okay, wer das tut, der muss nicht lebenslang ins Gefängnis. Und deshalb 14 Jahre, genau wie ich es beantragt habe. War diese Übereinkunft schon während des Prozesses getroffen worden mit dem Übertrag des Vermögens? Oder passierte das jetzt am letzten Verhandlungstag? Das musste in diesen Tagen erst wachsen. Der Vergleich ist heute Morgen im Gerichtssaal geschlossen worden. 137.000 Euro zahlt er Schmerzensgeld an das Opfer. Und letztlich wird das über das Haus geschehen, das ihm gehört. Mit diesem Urteil hat der Angeklagte eine realistische Chance, in vielleicht neun, neuneinhalb Jahren wieder auf Frauenfuß zu sein. Ansonsten bei lebenslang hätte er erst nach 15 Jahren, wäre es erst geprüft worden. Das ist der maßgebliche Unterschied, der dann zwischen lebenslang und 14 Jahren Freiheitsstrafe ist. Äußerte sich Ihr Mandant denn heute nochmal zu der Tat, zu seinen Motiven? Er hat in seinem Schlusswort gesagt, es tut mir unendlich leid, was ich dir, meiner Ex-Frau und unserem gemeinsamen Sohn angetan habe. Er hat nach der Urteilsverkündung gesagt, zu uns gesagt, wir haben es geschafft. Wir konnten dieses lebenslang verhindern, womit alle gerechnet haben und was ja auch von der Staatsanwaltschaft und der Nebenklägerinnen beantragt war. Matthias Waldraff, vielen Dank, danke, dass Sie Zeit hatten, zu uns ins Studio nach Hannover zu kommen für diese Informationen. Dankeschön. Vielen Dank.